Hey Leute, was geht? Willkommen zum nächsten Teil von Final Fantasy 15 und wir infiltrieren jetzt die Basis der Imperialen zusammen mit, ich hab den Namen vergessen, ja auf jeden Fall mit ihm hier zusammen, dem Herrn hier, ich hab echt den Namen vergessen, ich glaub Coase war das, glaub ich, ah da ist noch was, da ist noch was, kann man da mitnehmen, ich sammle da gerne Sachen beim im Spielen ein, ne? Chor, genau Chor, ist der Chor, ähm, ähm, oh, da oben, ne? Hier brauch ich gar keine Frühlingssachen, ne? Mein König kämpft mit Wörter, aber sicher doch! Guck mal, wenn du hier wirst ist das alles ein Kinderspiel. Wir wohnen dich nicht da ran. Es kann gut sein, dass du schon bald wieder ohne mich auskommen musst. Da oben? Okay! Okay! Okay, wolltest du? So kann ich natürlich auch weitermachen, Leute Mal wieder ein bisschen Money, also ein bisschen MP So lange ich wieder hoch kann es am besten Genau so Oh Hätte ich auch alleine geschafft Die anderen da draußen alleine, klar Konzentrier dich voll und ganz auf deine Aufgabe Ja, ja, schon kapiert Öffnen Oh Irgendwo ein Aussichtspunkt Da, da, Punkt vor Jo, das hat wieder XP gebracht ohne Ende Da haben wir XP, was eigentlich EP heißt, aber Irgendwann schon mal Schmeine Auf welchen Fall, ja So, äh Will er hier raus, oder was? Ähm Müssen wir hin Lang, meine Gitter Hier nicht Gut Alter Stolz, echt gewöhnungsbedarf hier teilweise Da müssen wir hin Lass mich doch durch, Mensch Ist wieder was für uns? Muskelstehler, okay Was auch immer das sein soll, ne Woll ich sagen So Krieg's Jo, was denn Jo, was denn Jo, was denn Ja, bei euch auch alles okay? Na klar Was denkst du denn? Wir sind schließlich Profis Euer Ablenkungsmanöver war ein voller Erfolg Oh, äh Jetzt kommen noch ein paar Gegner, würde ich sagen Ja Nicht bewegen Stehen bleiben Der alte Chor Dachte du liegst unter den Trümmern der Zitadelle Bist du es denn nicht leid, der Unsterbliche zu sein? Diese Legende wird heute enden Ich denke ja, oder? Ja Oh Großer Roboter Ich denke ja, oder? Verdammt großer Roboter Verdammt großer Roboter Nicht nur Ich denke ja, im Gegenteil Was 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 Okay, dann setz ich mal an der Waffe. So wieder auf dem Trank setzen. Ich brauch auch einen. Und Pumpte braucht auch einen. Ähm, ich komm auch wieder ein. Wie ist das möglich? Muss wohl alles gehen. Na, warte! Freu dich nicht zu früh! Ja, ich mach dich nicht zu früh. So, das war's. Das war's jetzt aber. Das war ein guter Kampf, das war ein sehr guter Kampf. Spaß gemacht. Das war nice. Ja, echt nice. Wirklich. Alles klar, super. Aufgabe abgeschlossen. Kriegserklärung. Alter, wie viel XP wir einfach haben, ey. Schlimm, schlimm, schlimm. Da sind ein paar Level auf jeden Fall. Ich glaube zwei, drei Level bestimmt. Ich hoffe, euch gefällt das Video. Wenn ja, lasst doch ein bisschen Like da. Die Welt hier draußen ist echt ganz schön unerbittlich. Ja, und weitläufig. Es gibt viel zu tun. Das kannst du laut sagen. Das ist so ein geiles Auto. Wir haben noch viel vor uns. Ich wünsch, das würde es nie wieder geben. Ja. Wie viel Level sind wir angestiegen? 9, 10, 11, 12. Das ist eine ordentliche Leistung. Prompt hat wieder neue Fotos gemacht. Okay. Ja, gut. Das finde ich geil. Das kann auf jeden Fall speichern, ja. Das kann ich auch mit rein. Kann ich auch mit rein nehmen. Auch gut aus. Das sieht auch gut aus. Das sieht scheiße aus. Das ist auch nicht geil. Das ist auch nicht gut. Das ist auch nicht gut. Das kann ich auch mitnehmen. Und das kann ich auch mitnehmen. Und das kann man auch mitnehmen. Das wird immer besser. Das wird fotografieren. Ja. So ist das, ne Leute. Echt müde. 6 Uhr morgens mittlerweile. Ähm. Ja. Läuft. Ich hasse das übrigens, ne. Joa. Kapitel 3. Die weite Welt. Ich bin mal gespannt, wie viele Spielstunden das Spiel hat. Ich bin echt gespannt. 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 Der Prinz... ... konnte also entkommen? Was ist... ... mit dem Ring? Der Ring ist bei Lunafreya. Ähh. Finde und töte sie. Beide! Nur auf den Ring kommt es an. Aber der Tod ist so endgültig eurer Exzellenz. Wie ihr wisst, besitzen die Götter große Macht und die Kanagi ist es, die diese unbeschreibliche Kraft an den König weitergeben kann. Lebend wäre sie ein gutes Forschungsobjekt. Was meint ihr, Oberkommandant Ravus? Alter, die Geist hinten. Was ist? Als Befehlshaber liegt die Entscheidung doch bei euch. Oder etwa nicht? Na gut, doch erst einmal müssen wir die beiden aufspüren. Der sieht aus wie rumpisch, die jetzt in keiner Ahnung, was er dahinter war. Ich werde nicht drohen, bis die Kanagi und der Prinz in meiner Gewalt sind. Der Kristall. Ich sehe sein Licht. Mit Vollgas raus in die weite Welt. Endlich können wir diese Einhüde hinter uns lassen. Die nächsten Regionen sind viel weitläufiger als Lied. Ehrlich? Gibt es irgendwelche berühmte Orte? Zunächst erreichen wir Daska. Berühmt für sein Sumpfland. Na toll. So. Es gibt doch einen Wald mit Schokobus. Oh, Schokobus! Hinter Daska liegt hier schon klein. Die größte Stadt dort ist Listallum. Ist das nicht die Stadt, die Iris ansteuert? Ja. Mittlerweile müsste sie dort angekommen sein. Die Stadt floriert dank der Kraft des Meteors. Der aus der Legende? Ja. Die Leute nutzen seine Hitze zur Energiegewinnung. Wow. Ziemlich abgefahren. Ja. Die Welt ist groß und abgefahren. Gut. Wie lange haben wir es denn überhaupt? Es wird eine lange Fahrt. Achso. Wir sollten den Wagen besser volltanken. Ja. Dann machen wir das mal eben besser. Mittlerweile sind wir lange genug hier draußen unterwegs. Noct, wenn du mal fahren möchtest, sag einfach Bescheid. Jo. Okay. Ich kann jetzt also jetzt auch selber fahren. Nice. Tagst du oder tagge ich jetzt? Soll ich jetzt tanken oder tanken? Okay. Dann nicht. Dann taggst du jetzt wohl. Oh. Telefon. Oh. Okay. Hallo? Ähm, Noct? Iris? Du bist es! Bin ich froh, dich zu hören. Bei uns ist alles in Ordnung. Wir haben es nach Listallung geschafft. Und eine Unterkunft haben wir auch. Also, sag Bescheid, wenn ihr kommt. Dann können wir uns treffen. Ja. Ich melde mich. Bis dann! Okay, super. War das Iris? Puh. Ja. Um ihren Bruder hatte sie keine Angst? Warum auch? Du wurdest schließlich nicht in allen Zeitungen für tot erklärt. Ja. Und was ist mit mir? Hat sie nach mir gefragt? Habt ihr das Schild da gesehen? Lasst uns Chocobus angucken. Hey. Schon vergessen, dass wir nach Lestallum müssen? Ach, kommt schon. Der kleine Umweg. Ja, komm. Ich will auch die Chocobus sehen. Haha. Hurra! Gut. Nehmen wir kurz mal diese andere Mission hier an. Für irgendjemanden, der hier ist. Aufgaben. Da ist ja Sonja. Was? Die kennst du? Ja. Ich hab sie in Hammerhead kennengelernt. Stimmt. Hab gesehen, wie ihr euch unterhalten habt. Lasst uns mit ihr reden. Wird sicher interessant. Sie weiß viel über die Fauna hier. Das kann nicht schaden. Wilde warst du ein Tief, okay. Reden wir mal mit ihr, würde ich sagen. Oh, wer wagt es mich zu stören? Ich bin hier grad furchtbar beschäftigt. Oh, wer seid ihr hübschen denn? Und, was führt euch her? Ich etwa? Nein, also... Ihr wollt mich also lediglich von der Arbeit abhalten? Also wirklich, das ist nicht nett. Nein, gar nicht nett. Nein, überhaupt nicht. Jetzt muss ich die verlorene Zeit wieder aufholen. Oh, ich hab's. Ihr werdet zum Ausgleich was für mich tun. Äh, äh, ja? Wirklich? Das ist ja nett. Ich ersticke nämlich in Arbeit. Dann legt mal los und geht auf Fröschfang für mich. Was? Frösche? Genau. Die kleinen, schleimigen Viecher, die so lustig huppeln. Aber nicht jeden daher gehüpften Grünling. Ich brauche Rotfrösche von euch. Diese Art kommt nur im Altstor vor. Die Jagd kann also gleich hier beginnen. Ich mach mich dann mal wieder an die Arbeit. Bringt mir ein paar schöne, frische Fröschen, ja? Klar. Die ist echt irre, die alte. So. So, ich würd sagen, wir machen jetzt hier aber erstmal einen Cut. Da hat sie uns aber was reingedrückt. Und wir... Aber wir betranken wir ganz kurz. So, ja? Und... Wir sehen uns beim nächsten Platz wieder, ja, Leute? Haut rein. Ich versuche immer, Daily Lab Lose zu machen. Ob es Gaming ist, ob es ein Vlog ist, unterschiedlich. Mal schauen, ja? Also ein Vlog, so viel passiert bei mir nicht im Leben. Also wird nicht so wirklich viel vorkommen. Aber ihr wisst schon, was ich meine, ja? Also ich versuche es wirklich, Daily Lab Lose zu machen. Also mindestens sieben Videos die Woche. Ich versuche es. Ich hoffe, ich schaffe das. Es ist eine Menge Arbeit. Aber ich werde es versuchen, ja, Leute? Also haut rein, Leute. Und einen wunderschönen Tag noch. Ciao, ciao. 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 Ciao.